hier leute herzlich willkommen ja nämlich das ist bei mir mal heute soweit nämlich ich wüsste schon aufnahmescheid wie immer ja ich weiß was ich damit meine farmfolge im sinne von ja mit dem servervideo weil ich mache ich ja was auf dem server das ist das am ende mal gucken wie viele minuten also mal gucken wie viele minuten ich will immer aufnehmen ich will es aufnehmen für vorschein machen wir noch den einen baum dann auch was du noch mit weg bist nicht ja zwar wieder So, dann, ja, wie gesagt, verkauft euch noch Workbench und noch Sticks, und jetzt war es das. In der nächsten Folge geht's dann weiter. So, dann, bis gleich, oder bis zum nächsten Tag.